Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch, ich bin Journalistin beim Falter und habe zum Machtmissbrauch und zum Kontrollversagen an Musikschulen in Niederösterreich recherchiert. Im Dezember letzten Jahres veröffentlichte der Falter einen Artikel zu einem Musikschuldirektor im Weinviertel, der sein Personal drangsaliert, rassistisch beschimpft und sexuell belästigt haben soll. In der Folge meldeten sich unzählige Lehrerinnen und Lehrer anderer Schulen bei mir, die erzählten, auch sie hätten versucht, sich bei Behörden zu beschweren. Passiert ist in all diesen Fällen nichts. Ein Beispiel. Mehrere Eltern und Lehrer richteten im Jahr 2018 eine Beschwerde über einen Schuldirektor an die Gleichbehandlungsbeauftragte Niederösterreichs. Die setzte sogar ein amtliches Schreiben an die Landeshauptfrau auf, um sie über die sexuelle Belästigung, die auch Kinder betraf, zu informieren. Konsequenzen gab es nicht. Von Mikkel Leitner heißt es, der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde sei eigentlich zuständig. Genau hier besteht der Fehler im System. Nämlich in der Hoheit der Gemeinden. Der Bürgermeister ist in Niederösterreich auch der Vorgesetzte des Direktors. Oft sind die beiden aber gut befreundet. Die Blasmusik der Schule spielt etwa gratis bei politischen Festen auf. Kommt es dann zu Beschwerden, versanden diese schnell. Doch auch das Land Niederösterreich hat seine Finger im Spiel. Nämlich über Förderungen. In einer Datenrecherche habe ich die einzelnen Geldflüsse an die Schulen analysiert. Trotz ähnlicher Voraussetzungen fielen mir da Unregelmäßigkeiten auf. Vor allem bei einer Schule. Bei Tofen an der Ips. In der Heimatstadt von Wolfgang Sobotka bekommt die Musikschule rund 45 Prozent mehr Gelder als andere vergleichbare Gemeinden. Warum das so ist, konnte uns die Förderstelle des Landes nicht beantworten. Die ganze Geschichte lesen Sie im aktuellen Falter.